Ich weiß nicht, wo ich war. Ich habe keine... Unglaublich. Er fürchtet sich für nichts. Er kommt davon. Los! All auf den Weg! Runter! Na, mach schon! Hey, mach die scheiß Kamera aus! Geh da oben! Werft die Waffen runter! Einer nach dem anderen! Und jetzt du! Was haben wir hier von dir? Was haben sie vor? Hören Sie die Hände weg! Was haben sie vor? Wir sagen, weiß Maul! Sie sind heute auserwählt worden! Der Welt unserer Existenz zu verkünden! Sie werden Zeugen dessen, was heute hier geschieht! Und Sie werden allen davon berichten! Alle Augen nach vorn! Worauf wartet ihr noch? Erschießt sie! Halt dein verdammtes Maul! Sie müssen zusehen! Es wird bald vorbei sein! Wir haben nicht viel Zeit! Hört unsere Worte! Nichts zu fürchten haben die Armen und die Hungrigen! Nichts zu fürchten die Schwachen und Kranken! Nur die Korrupten werden dran glauben! Es sind die ohne Gewissen, die von uns aufgesucht werden! Wir leben nur für ein Ziel, sie zur Strecke zu bringen! Jeden Tag vergießen wir weiterhin ihr Blut, so lange bis es vom Himmel herunterregnet! Du sollst nicht töten, du sollst nicht vergewaltigen, du sollst nicht stehlen! Das sind Grundsätze, nach denen jeder Mensch jeden Glaubens leben sollte! Dies sind keine Regeln der Höflichkeit! Das sind die Grundsätze des Lebens! Und es werden die teuer dafür bezahlen, die diese ignorieren! Es gibt verschiedene Stufen des Bösen! Ihr, die ihr noch nicht in diesem Soap steckt, überlegt euch wohl, ob ihr noch tiefer in diesen Wald des Verderbens schreiten wollt! Denn dort kreuzt ihr unseren Weg! Und wenn ihr das tut, werdet ihr euch eines Tages umdrehen und wir stehen hinter euch! Und seid euch gewiss, ihr würdet schrecklich büßen! Denn an diesem Tag schicken wir euch zu Gott, welchem auch immer! Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater, dir! Deine Macht reißt du uns durch deine Hand! Diese verbindet uns wie ein heiliges Band! Wir warten durch ein Meer von Blut! Gib uns dafür Kraft und Mut! In nomine Patris! Et philii! Et spiritu sancti! Was war los? Was war los? Was war los? Was ist geschehen? Was war los? Renn, Renn, Renn 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 Renn, 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 Renn Renn, 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 Renn Renn, 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 Renn Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Erst wirst du gefeudert, oder bruder kalt gemacht? Ich bin ein keldwütiger Kinder, das haben wir gelernt Ich bin Jack the Ripper, sein Enkel, ja er zeigte mir, dass Menschen fressen Die in der Nacht, wenn der Ripper dich packt Erst wirst du gefeudert, oder bruder kalt gemacht? Ich bin ein keldwütiger Kinder, das haben wir gelernt Von Charles Mensen, ich bin Jack the Ripper, sein Enkel, ja er zeigte mir, dass Menschen fressen Es ist tief in der Neb, wenn der Ripper dich macht Erst bist du gefeiftet oder brutta kaltgemacht Ich bin ein keilbrütiger Killer, das hat ej Akpe iki lern von Schatzm uphill Ich bin Jack the Ripper, seines Enkeln, ja, er zeigt ihn mir Life menche fr moins Das ist tief in der Neb, wenn der Ripper dich macht Erst bist du gefeiftet oder brutta kaltgemacht Ich bin ein keilbrütiger Killer, das hat werdngalert von Schatzm misses Ich bin Jack the Ripper, seines Enkel, ja, er zeigt ihmme Life menche freln Untertitelung des ZDF, 2020 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 Als Hirte erlaube mir, zu denen mein Vater dir. Deine Macht reißt du uns durch deine Hand. Diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir raten durch ein Meer von Blut. Gib uns dafür Kraft und Mut. Zick, 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 ich hab dein Leben in der Hand. Ich will mit dir spielen, also stecke dich im Pant. Das Spiel beginnt, wenn sich der Gleischung kaputt hängt. Im ganzen Sinne des Wortes ist das ein Bladient. Mit einem Blut verlegst du ein Pentagramm an die Decke. Folge dem Film der satanischen Sekte. Ich brauch ein Altar mit einem Meer aus Gärten. 666, tote Noten und ich spreche ihre Herzen. Hau dich nochmal um, überall brennende Kreuze. Satans wie der Geburt, ja, die ist heute. Ich steche dir in dein Halt und das Blutsch, mensch ich ab. Wieder eine Pentagramm, krieg ich dir Blut, das ist wieder Anfang. Samhle, du und Sahna, 666, heil Satans. Du stellst noch deine Fresse ein, bis er nix mehr kennen kann. Wie geht aus Hurenton, tu deine Mammet mal. Zu der, zu der, zick, 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 das ist die heilige Zeit. Und wieder ist es mal so weit, greife zu der schwarzen Hube. Brauche ich sie für heute Nacht, wenn ich die Kinder ermordet. Ihre kleinen Zählen gehören Wert und Religion. Heute Abend Halloween, seit Abend steigt jetzt den Thron. Opfer, das Jungfrau im Blut führt. Meine klitzenden Fürsten werden in dem Ritual. Ihre Kehl, denn auf Schlitzen ihre Toten Körper. Werft sie ins Feuer hinein. Dieser Akt so grauenvoll soll seine Macht befreien. Auf, mein Herr, wo es herrscht, denn nur ein Pentagramm. Stehe nun in Ewigkeit. In des Teufels wahn, der Rauch aus der Opferstelle steigt. Denn im Willen vorfurcht und eine 666 heilt ihr meinem Gott. Die Erscheinen von Dämonen brechen aus dem Hüllenschlund. Mit dabei, Sierber rutscht, dreiköpfige Höhlen und Blutfetten schwimmen aus den Wolken. Ihr habt diese Welt ausgerottet, sie wird jetzt zum Massengrad. Alle Menschen, besten Sternen, ihr habt es so verdient. Damals in Mitteleiter, ja, da habt ihr uns gelöst aus der Erde. Zerbrechen, Kater werden lahm, nur ausmucken, Leute, Christen, Gäte, Bahn, werden holst. Damit bluten Bataillon, Wegefeuermarsch, jetzt rammelt seine Front. Am Ende dieses Krieges, da wird nur einer gekrönt. Alle Ungläubigen, wir, während wir fast da, wenn uns schreien aus vollem Herzen. Heil dir, Heil Satan! Heil Satan! Heil Satan! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020